Genau. Also, wir sind nicht weit weg von dem Ort, wo er immer zockt. Wenn du ihn erschreckst, rennt er mit Sicherheit schnurstracks zu seinem Versteck. Und du weißt ja, meine Knie und meine Lunge und die Augen. Naja, egal. Bitte hol mein Businessplan zurück. Wenn du mir jetzt den Rücken wässt, wasch ich dir später dein großes Wikibinia-Erenwort. Das war's. Wer schießt da? Wer wird da? Er schießt doch. Irgendwo perverser? Hat Bean dich geschickt? Willst du mir meinen Köder ansehen und anbeißen, oder was? Hält mir! Oh Gott, bitte hilf mir! Bitte tu mir nichts, ich bin mir offensichtlich unbewaffnet. Warum passiert sowas immer mir? Ich entschuldige mich! Lass mich in Ruhe! Hilf mir! Oh Gott, bitte hilf mir! Wenn du mich nicht töten willst, was soll der Scheiß? Also wie gesagt, Gott, was wollte ich eigentlich sagen? Oh ja, hör mal, okay, ja, ich hab meine Klamotten beim Kartenspielen verloren, ha, ha, ha. Ich hab ein Problem, okay? Hey, ich wusste ja nicht, dass es so schlimm wird. Ich war einer von Beans Spähern und ich dachte, wo die Highwaymen noch so viel herumkommen, wären sie eine gute Informationsquelle. Sie sagten, wir spielen darum. Und auf einmal hatte ich Beans ganzen Krempel verloren. Das Einzige, was ich denen noch anbieten konnte, waren meine Klamotten und Beans Businessplan. Der Plan ist in meinem Geheimversteck, in einem kleinen Bunker hinter dem Hügel da. Ich schwöre, ich zocke nie wieder. Ich schwöre, ich weiß nicht, dass ich nicht. Oh hell! Was ist das? Hallo? Oh Gott, so klingt meine Stimme. Over. Moment, nicht over. Ich wollte sagen, dass ich umziehen musste. Aber ich schätze, ich bin jetzt näher an dem Ort, an dem du vermutlich bist. Geh nach Süden, glaube ich. Du findest mich schon, ganz bestimmt. Ich bin jetzt nicht mehr, ich bin jetzt nicht mehr. Was ist das? Ich würde ja klatschen vor Freude, aber Papa hat immer gesagt, das machen nur Babys und Clowns und ich bin beides nicht. Okay, also, weißt du noch, wie ich sagte, ich wasche dir den Rücken? Tja, ich mache jetzt mein... Oh nein! Hilfe! Hilfe! Das kommt auf jeden Fall an. Was wollte ich sagen? Ach, genau. So ein Glück. Du bist es. Okay, also, ich würde ja klatschen vor Freude, aber Papa hat immer gesagt, das machen nur Babys und Clowns und ich bin beides nicht. Weißt du noch, wie ich sagte, ich wasche dir den Rücken? Tja, ich mache jetzt meine Wikibinia Hauptfiliale in Prosperity auf. Meine Speer sammeln Infos und ich kriege wieder neue Karten und, naja, du wirst schon sehen, mit diesem Businessplan wird Wikibinia international. So wie Papa meinte, wie es früher war. Alle werden uns helfen und spenden. Das wird super. Wir sehen uns bald in Prosperity, ja? Ja, ich kann's kaum erwarten. Dann mach's gut. Bis bald.